junger was geht ab und willkommen zu minecraft bedwarf mit einer neuen challenge für euch und zwar ist die challenge heute fallschirmsprung und da müssen wir beim gegner hat hat es eigentlich geheißen dass wenn wir müssen wir die runde gewinnen oder müssen wir sie nicht oder müssen wir nur der fallschirmsprung machen ich glaube sie ist bestanden wenn wir in eine base reinspringen und das bett kaputt machen oder so viele wie möglich einfach so viele wir schaffen aber einer muss glaube schon sein ja einer muss sein ja weil sonst ist die challenge nicht bestanden und ja die challenge kommt wieder von christoph und ich werde mir gleich mal essen kaufen und wir gehen wieder über den gleichen weg oder ja firefox 32.0 ist verfügbar was bei mir zeigt sehr schöne updates an so sie dürfen noch keinen bogen haben also jetzt ist die zeit zum so okay ich habe schon ein gold habe ein stack blöcke ich komme gleich hinterher mit noch mehr so ja und heute habe ich auch einen anderen schilder drin da strahlt die sonne so cool ganz interessant ich habe immer wieder der ruder place drin weil ich finde das ist eigentlich der beste schilder wo es gibt einen anderen schild ausprobieren hier so ein paar schilders auch mal wieder mal ausprobieren ich bin wir team grün oder team gelb mh schulei dann nein aber ich habe ja schon noch gold leiter kaufen uns gleich auch mal ein paar halt ich brauche ja auch sie merken noch nichts sie haben noch mal angefangen zu bauen dann leitern zack komm jetzt schnell 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 muss mir leider kaufen hat verrückt das geräusch ja komm sonst ist scheiße wenn sie ein bogen haben immer gearscht auch weiter genau zu dem ich habe einen turm nein ich bin runtergeflogen okay immer schön weiter bauen x bros geld der hat sich auch online wohl wohl ich warte der spektat und spektat hat uns gleich so das machen wir mal so dass mal wieder glücke haben okay wo da holen wir uns auch noch schnell dann geht es eigentlich schon wieder weiter ein spieler von team rot hat das spiel verlassen dohl 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 ist produkt was ich gleich drüben ich komme schon so jetzt gleich kommt hier falsch hier am challenge dran und zuerst bauen wir das bett ab oder ja wir müssen ja auch das genau zum turm genau zum turm also noch ein bisschen höher nein nicht nicht höher sondern nur rechts halten warte mal und sie konnten ja sie haben es gemerkt ich glaube schon oder es baut jemand bett zu ja keine ahnung ich hoffe es hat noch niemand gemerkt ja es braucht jemals bett so gut hast du ja habe ich ja habe ich was machst du okay immer schön ich glaube er hat uns gesehen ist ja ein bisschen blöd mit dem reinspringen hallochen oh er hat seine ganzen kollegen reingeholt was war das feilsprung hallo na du ich bin da na was was er hat uns beide auf einmal geklatscht beide echt ja gut dann brauchen wir schnell wieder ein schwert und attacke er kommt alle mit alle sofort mit einer wartet wir brauchen jetzt ein schwert und dann kaufen wir noch eine spitze abgeschneiden zack und ein bisschen essen scheiße auf alles irgendwas am essen mitnehmen und dann hoch komm ist der bleistück heißt er so ja hast du ja bronze verloren ja einmal läuft bei dir sie versuchen zu kommen ich sehs huah äh lol hast du spielzacke mit zwei stück sogar okay also auf du kannst runtergekleiden ich hab zwei spielzacke und jetzt rein 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 da nein er ist von unten er ist von unten jetzt du schnell schnell ich hab keine spielzacke mit egal halte ja super wenn du aufstut ja jetzt zieh mir der brust an so ein eisen schnell schwert die challenge ich auch noch ein bisschen schwer von oben rein springen aber ja es geht kauft ihr auf jeden fall spitzhacken dann essen so und direkt weiter die müssen wir jetzt auf jeden fall raschen weil wenn wir sonst in wir machen ja die werden jetzt auch bei uns attacke machen wow der verschworte geplumpst ey so ja weit weit du kotze ich hier immer schön was aus an ja kommt wieder das könnte jetzt eng werden oder oder er baut die sachen ab was macht er jetzt boxen runter jawoll was und jetzt schnell nein ich hab außersehen a gedrückt blöken die haben bogen hin runter geblumms komm du ich bin nicht mehr ich mach jetzt mal schädler aus so jetzt habe ich die blätter können sie sowieso nicht davon aus, dass ich keine Scheiße mehr mache hier. Schilder verwirrt mich nochmal so ein bisschen. Ja, komm, komm du. Zack, zack. Wow, schnell. Essen kaufen. Nein. Sag, bin unterwegs. Kommt. Sag, drauf, 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 drauf. Blöcke brauche ich auch noch. Der Shader sah alles für den Shader aus und jetzt muss der Shader dran glauben, weil ja ohne Shader habe ich nicht das Gefühl, ich kann besser hiten und so. Oh, sie haben Bogen. Schneller. Ja. Das ist nicht gut. Bei mir ruckelt es gerade komischerweise. Ihr habt keine Spitzhacke mit. Noob. Hast du... Ja, unseres Team kommt. Ich hab Glück mit. Werf mir runter, werf mir runter, dass ich mich hochbauen kann. Werf mir runter, schnell. Ja, es hat sich viel gebracht. Aber unseres Team kommt gerade hinterher. Ich bin in der Base von denen. Jetzt hab ich eine Spitzhacke mit, aber kein Block. Ich bin in der Base von denen und sie sehen mich nicht. Gut. Ich lenke sie ab und du baust das Bett ab. Ja, aber. Unser Team kommt, der Kollege kommt jetzt mit dem Bogen rein. Und wir versuchen dann auf sie drauf zu springen. Green hat auch nur noch zwei Typen. Wir sind der Überzahl, gell? So. Ähm. Ich hab's. Nein. Du hast das Bett? Aber gleich. Ey, wir sind auf einer ganz anderen Seite. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Bist du unten oder wo? Das Bett wurde schon von Team Rot zerstört. Oh, scheiße. Ja. Ich such grad einen Gegner. Ey, ich will da Falsche Absprung machen. YOLO. Na gut, aufs nächste Team. Ich geh mal in die Mitte. Okay, wir sind Team Gelb, oder? Achtung, Achtung. Ähm, Team. Team Grün baut sich rüber. Über die Luft. Sehst du? Äh, du. Ich weiß nicht, irgend zu wem. So, hier rein gehen wir mal. Schönes Gold gibt's da. Den kann man uns schon mal einen Bogen kaufen. So, einen Bogen kann ich mir schon kaufen. Ich hab zwei. Vier. In der Mitte. Aber bei uns dürfte auch noch Gold liegen. Also. Wir stacken uns gleich zu den anderen. Denn da haben wir schon alle zusammengebunden. Eww. Also, wir sind alle... Warte, einer, Geld, bitte, Team. Nein. Äh, sein Team ist leider schon ausgestorben. Ja, das haben wir ja gemacht. So, dann kaufen wir gleich mal noch die beste Brust. War doch einfach, thank you, du. Zack. Los, die nächsten. Ich kann mir einen Bogen kaufen. Scher da oben baut sich Team... Team grün rüber, glaube ich. Ja, Team grün. So. Er will unbedingt mit uns treiben, aber... Sein Team ist leider schon weg und... Mit jedem... Ich hab zwei fette Eisenbrüste. Alter, hätte ich... Jetzt bin ich aber gerade laut geworden. Na, bei Jugo. Ich seh den roten. So, ein Pfeil. Zwei. Gut. So. So, dass man mehr sieht. Ich hab mir jetzt ziemlich viele Blöcke gekauft. So, hier schon. Gold. Ah. Irgendwer kommt. Ach so, das ist er. Hey, der fackelt mich an. Schon gedacht. Was macht der? Nee, oder? Ah. Okay, läuft bei dem. So, ähm... Bis jetzt haben wir es ja noch nicht geschafft. Kauf dir mal Leiter, nicht warum ich gleich mal zu teamen. Rot. Wir haben es aber schon probiert. Aber leider nicht erfolgreich. Erfolgreich. Ja, ja, aber das kommt noch. Keine Angst. So. Da wollen wir mal alle Leitern hinsetzen. Aber nicht zu hoch bauen, sonst können wir den falschen Entsprung nicht mehr machen. So, dann bauen wir uns schön mal rüber. Ich hoffe, wir schaffen es noch. So, ich habe mal hier eine Aufnahme schon zwei Seiten aufgestellt. Ja, ja. Tür schon hängen. Ja, und jetzt kann ich doch noch nicht die beste Grafik raushauen, weil ich habe halt noch ein bisschen Probleme mit Action. Wegen dem Codec und alles. Ja, ja, diese Codex immer. Ein Team ist ja schon ausgeschieden, jetzt lebt nur noch blau und grün. Blau und grün. Ja, und wir sind hier ja gerade die meist anzahlen. Ist da vorne blau? Ja, das ist blau, das ist blau. Hässig. Stack dich irgendwie rüber, dass wir halt rüber jumpen können. Okay. Nein. Jetzt hat der Hund gerade gebellt, wenn man es hört. Und wir werden hier stehen unter Beschuss. Ja, ja. Ich versuche zurück zu knallen. Immer schön basic halten hier. Okay. Komm, komm, komm. Er hat wieder verschossen. Schon wieder. Alter, ist der schlecht. Komm schon, das schaffen wir. Oh, das wird immer knapper. Und jetzt hat er mich erwischt. Warte mal. Bau das mal so links. Mehr links haltend. Immer schön drauf bleiben. Ah. Jetzt stehen wir unter Beschuss, aber... Ich bin weg. Komm schon. Ich will reinspringen in die gegnerische Base. Reingesprungen sind wir ja schon einmal. Von oben. Aber das war ja von der Base. Ja. Ja, gut. Man kann es nehmen, wie man will. Ey, die schießen alle ab. Zack. Dann. Schwert. Zack. Eins. Bam. Ich komme. Spitzhacke, hast du Spitzhacke? Okay. Ja, ich habe eine Spitzhacke. Leitern, Klettern. Äh. Komm schon. Was macht der da oben? Ey. Jetzt habe ich los. Ich glaube... Ich glaube, der weiß nicht, dass man Fallschaden kriegt. Ja, weil... Komm schon. Der versucht den Fallschirmsprung. Doch, bin da. Na. Ja, bau weiter. Wir halten ihn unter. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Okay, okay. Jetzt bau schneller. Was? Wie hat er mich getroffen? Hä? Wer? Ach so, die knallen jetzt von unten. Komm schon, schneller, schneller bauen. Also, einer ist schon mal weg. Warte mal, ich baue mich jetzt links. Ich baue mich jetzt links. Sorry, der kriegt laufend Schaden. So, jetzt rechts halten, rechts halten. Okay. Einer ist weg. Einer hat keinen Bogen mehr. Und der Nächste ist auch weg, glaube ich. Ja, im Chat schießt es. Und wir gehen jetzt auf den Drachen da. Komm schon. Und dann jumpen wir auf sie. Hast du Essen? Nein, ich bin runtergeflucht. Bei mir läuft. Ey, was ist denn heute los? Ich spring ja schon selber rund. Ja, ich bin unterwegs. Manni, komm. Ich komme mit einem Eisenschwert. Sie wollen sich Schwerter craften. Sie craften sich Schwerter. Ich baue mich, ich stecke mich hoch. Okay, ich habe mir was gekauft. Ich habe jetzt ein Eisenschwert. Und Spitzhacken. Ich habe sie alle eiskalt gemacht. Also haben wir die Challenge schon geschafft, sozusagen. Nur ich bin halt nicht reingesprungen. Aber ich bin auch... So, Bett ist abgebaut. Ich komme mit einem Eisensch... Hä? Der hat mich in der Luft erschlagen. In der Luft. Drei Schläge in der Luft. Also, was hat denn der für einen Ping? Ey, yo. Oder Hex. Ey, das ist nicht mehr... Ich bin in die gegnerische Base reingesprungen. Aber es hat... Oha, eiskalt. Grün von oben. Ja, eiskalt mit 1,5 Herzen. Also ich bin auch sozusagen nicht in die Base gesprungen, sondern in die Base. Kaufe du dir Leitern, ich kaufe eine Blöcke. Nämlich, wir stacken uns jetzt zu dem einen Spasti hoch. Kaufe du dir Leitern, gell? Mit full Equipment. Die haben 39 Eisen. Ja, ähm, kauf dir Blöcke. Ich will die Runde so schnell wie möglich zu Ende machen. Einer hat sich jetzt noch oben... Oben. 1, 2 Stacks. 4 Stacks. Achso, Leitern. Leitern. Ich stack mich nämlich jetzt gleich zu dem einen Spasti hoch. Dann komm hier noch ein paar Leitern, zack. Und was auch noch ganz schön wäre, ich kaufe mir noch ein paar Sporne-Eier. Ja, jetzt brauchst du es aber nicht mehr machen, nämlich... Äh... Wie? Ich hab keine Ahnung. Frag mich am besten nichts. Äh, was? Ich bin tot. Okay. Das heißt... Nur noch ich. Und einer von... Nein, drei Stück sind noch da. Du, Mr. Blystift und Tobias. Ich hab die Challenge geschafft. Mane ich auch. Jetzt geht's drauf auf... Grün. Ihr müsst euch nur zu Grün gehen. Ihr müsst eigentlich nur zu Grün gehen, Leitern holen und dann hochstacken. Äh... Beide Grünen sind bei ihrer Base. Warte, weil das ist rot. Das ist grün. Sind sie bei ihrer Base? Ja, Grün ist bei ihrer Base. Und einer hat einen Bogen. Einer ist voll Equipment, der andere nicht. Ja, der andere. Ich mach jetzt einfach mal hier. Oh oh. Ja, wir schauen jetzt mit Mane noch schnell zu. Ja gut, wenn sie mich treffen, ich... Nee. Na gut, ich mach jetzt schnell einen Cut und ich mach's dann wieder, wenn's Action gibt. Weiter. Okay. So. Das wird... Ja, aber Yolo, wir haben's ein wenig geschafft. Sie kommen nicht mit dem Pfeil da hoch. Die bauen's Wasser zu, nicht dein Ernst. Ja, sie bauen's Wasser zu. Okay, dann hab ich folgende Taktik. Ich baue dich grad hoch zu der Leiter. Ähm, zu dem einen Turm, nimm mir da ist ne Leiter dran. So. Schreib alle auf grün. Oder du schaffst es alleine. Okay, es sind schon... Es sind schon alle drin. Achtung, einer kommt hoch zu der Leiter. Achtung. Okay. Scheiß drauf. Ein Wasserloch ist noch frei. Ich schaffe das da rein. Nein, 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 nein. Achtung, Achtung. Ich spring. Und... Ich hab falsch am Sprung geschafft. Aber das hab ich leider nicht geschafft. Ich hab die Challenge geschafft. Ich bin reingesprungen, aber leider nicht geschafft. Aber... Das war schon doch... Ja, gut. Das haben sie ganz gut gemacht. Aber immer nicht. Ja, und ich hab sie auch einen Teil angeschafft. Also, wir haben die Challenge bestanden. Aber dafür haben wir nicht gewonnen. Wir haben ein paar Teams ausgerottet, aber... Ich würde sagen, wir werden jetzt die Folge... Also, wenn's euch gefallen hat, Lass ne Bewertung da.